Als unsere Mannschaft am nächsten Tag ins Olympiastadion einlief, säumten nur etwa 15.000 Besucher den grünen Rasen. Unter den Zuschauern war ein Block mit einigen tausend Münchner Schlachtenbummlern, die so stimmgewaltig waren, dass kaum noch ein Berliner zu hören war. Bayern, Bayern, Münchner, nichts als Münchner. Bereits vom Anstoß weg ließ unsere Mannschaft keinen Zweifel, wer hier Herr im Hause ist. Wenngleich die Borussen versuchten, uns die Stirn zu bieten, so konnten sie während des ganzen Spiels nicht mehr als ihr Bestes geben. Klausen, der Mittelläufer, war sehr oft der letzte Mann. Schon nach wenigen Minuten servierte Brenninger eine maßgerechte Flanke für Müller. Das erste Tor lag in der Luft, aber Müller vergab diese Riesenchance und spitzelte über das Tor. Der Torreigen setzte so plötzlich ein, dass er in der 12. Minute. Das erste Tor von Ohlhauser nach einem Steilfass von Müller. Unsere schnellen Außen, Naftsiger und Brenninger machten die Berliner Verteidiger oft, wie die Berliner selbst sagten, zur Schnecke. Schon drei Minuten später ging Ohlhauser auf und davon und ließ Torwart Wolf mit einem zweiten Flachschuss keine Chance. Das war das 2 zu 0 in der 15. Minute. Passen Sie jetzt auf, wie der Ball von Mann zu Mann läuft. Dann Ohlhauser erreicht. Mit einem Schrägschuss Ohlhauser. Abgewehrt. Tor. Das war Tor Nummer 3 durch Müller, der offensichtlich leichte Arbeit hatte. Ein kleiner Abstauber, aber Tor ist Tor und auch dafür muss man eine Nase haben und die Situation schnell erfassen. Hier eine ganz große Chance mit dem rechten Fuß, aber er geht ans Außennetz. Meier hatte vorher berührt, es gibt eine Ecke von rechts. Und in diesem Augenblick gibt es einen Schuss aufs Tor, abgelenkt, wie überhaupt in der nächsten Folge sehr viele Ecken gefallen sind, die wir verständlicherweise alle festgehalten haben für den Fall, dass aus der Ecke heraus ein Tor erzielt wird. Das war eine Glanzparade von Meier, die einzige während der ganzen anderthalb Stunden. So endete die erste Halbzeit, also mit 3 zu 0. Schon jetzt liefen die Herzen der Bayern-Anhänger über. In Krachledernen und mit Kuhglocken liefen sie um die Aschenbahn. Nur unser Trainer war noch nicht zufrieden. Vor Beginn der zweiten Halbzeit hatte er seinen Mannen in der Kabine noch einmal gesagt, wir nicht spazieren in Bundesliga, sondern rupfen Gegner, wenn es geht. Diesmal geht es, also los. Die zweite Halbzeit wurde dann für die Berliner zur Qual. Unsere Mannschaft machte mit den Tennis-Borussen sprichwörtlich, was sie wollte. Ohlhauser setzte den Torreigen fort und erhöhte auf 4 zu 0. Das war wenige Minuten nach Halbzeitbeginn. Und selbst die Berliner Besucher zollten unserer Mannschaft jetzt spontan ehrlichen Beifall. Die gelegentlichen Angriffe der Berliner waren viel zu schwach. Sie bedeuteten überhaupt keine Gefahr mehr. Es war nur eine Frage der Zeit, wann das nächste Tor fällt. Da bekommt Brenninger den Ball. Sein erster Schuss prallte bei einem Berliner ab, doch sein Nachschuss landete dann im rechten oberen Eck. Damit konnte sich nun auch Brenninger in die Torschützenliste eintragen. Es stand 5 zu 0. Das 6 zu 0 durch Naftziger erzielt. In einem wundervollen Alleingang, wo er mit einem von Kunstwadel zugespielten Steilpass im Slalomlauf die gesamte Hintermannschaft umspielte, können wir Ihnen leider nicht zeigen, da wir zur selben Zeit Kasseltenwechsel vornehmen mussten. Gerade war unsere Kamera wieder schussbereit, fiel ebenfalls durch Naftziger mit einem scharfen Schuss aus ca. 25 Meter Entfernung das siebte Tor. Nun konnten es unsere Schlachtenbummler nicht mehr aushalten, unsere Mannschaft auf Händen zu tragen. Doch Schiedsrichter Sturm drohte mit Spielabbruch. Na, und das hätte uns gerade noch gefehlt. Kinder, geht doch vom Spielfeld, seid vernünftig. Es sind ja nur noch ganze 5 Minuten. Schützenkönig Ohlhauser stellte dann das Endresultat mit 8 zu 0 her. Drescher hatte ihm den Ball einschussbereit vor die Füße gespielt. Vorstand und Trainer reißen die Arme hoch. Ja, und was sich dann abspielte, brauche ich wohl nicht zu schildern. Die fußballbegeisterten Münchner hatten ihren Bayern die Trikots sprichwörtlich vom Leibe gerissen. Und Oskar Klose hatte Mühe, seine Reportage für den Rundfunk zu verlenden. Na nun, der kommt doch wohl zu spät. Oder was hat er vor? Präsident Neudecker und Trainer Schick wurden auf die Schultern gehoben. Und von den Rängen erklang es, oh, wie ist das schön. Das war der stolzeste Tag der Bayern. Aufstieg in die Bundesliga. Das war der stolzeste Tag der Kabinen. Das war der stolzeste Tag. Das war der Situation. Das war der Kriste.